Hallo meine Lieben, ich habe jetzt noch ein letztes Set von Raya, was so die Weihnachts-Edition angeht. Das ist so eine Art Fensterbogen, glaube ich, mit so einem Sternchen. Ich fand das Tatsache ganz süß irgendwo, weil es halt eben, wie gesagt, ich mag ja diesen schlichten Stil, sage ich jetzt mal, mit den Sternchen fand ich jetzt sehr angenehm. Und hatte ja vorher schon mal ein Set, was man so vorgestanzt hat von Raya. Und damit bin ich ja nicht ganz so glücklich mitgefahren, muss ich mal fairerweise sagen. Aber diesmal ging es um wesentlich besser, dass man halt die Teile aus den jeweiligen Vorstandsungen halt rausbekommen hat. Und damit war ich ja schon wieder erstmal sehr, sehr happy. Und es war auch soweit alles mit dabei. Und dieses Set hat halt auch so einen Teller in der Mitte, wo sich dann halt Deko drehen kann. Die Deko selber war jetzt nicht mit bei, das heißt, das war jetzt nur das Grundgerüst mit dabei. Und dementsprechend ist das jetzt natürlich dann, sollte man sich überlegen, was man gerne rein haben möchte. Ich war so ein bisschen überfordert, weil ich hatte ja vorher schon ein Video heute hochgeladen, wo die Bäume, die Holzweihnachtsbäume mit waren. Die haben jetzt leider da nicht reingepasst, das war jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich für mich. Aber ich habe mich, glaube ich, damit ganz gut gerettet. Das endgültige Ergebnis seht ihr dann auch zum Schluss, wenn sich der Teller dreht. Und genau. Ich habe diesmal entschieden, dass ich so ein bisschen vorher Tatsache die Sternchen bemalen möchte. Und habe mich da dann auch so ein bisschen kreativ farblich ausgelebt und konnte da auch so ein bisschen für mich meine Ruhe finden. Wer das kennt, glaube ich, so mit Malen, dass man halt einfach mal so ein bisschen Ruhe findet. Ich glaube, der versteht mich da jetzt so ein bisschen und habe da halt unterschiedlich farblich mich so ein bisschen betätigt und habe mich da mit weiß und rot. Und genau. Also dementsprechend wäre wirklich, es ist gut, wenn man es vorher macht. Man hat eine Chance auch noch im Nachhinein. Aber ich glaube, leichter und einfacher, bequemer ist es Tatsache, wenn man es vorher macht. Und dadurch habe ich mich da so ein bisschen ausgetobt. Und dementsprechend solltet ihr euch vorher überlegen, ob ihr das gerne machen möchtet. Es sind zwei Teile bei diesem Set. Das heißt einmal die Vorder- und Rückseite. Ich habe jeweils beide. Ich glaube, es hätte vielleicht auch nur eine gereicht. Aber für mich war es jetzt irgendwie auch schön, wenn man im Zweifel nicht auf eine Seite angewiesen ist, wo es zu sehen ist. Und dadurch habe ich, wie gesagt, auch beide. Ich hatte erst überlegt, ob ich die andere Seite, also jeweils die Rückseite, dann auch noch anmale. Aber da habe ich mich dann der Tatsache dagegen entschieden, weil ich glaube, dass das auch so wirklich ganz schön aussieht. Sonst wird es vielleicht auch zu wuselig, weil man ja in diese Abstände reinschauen kann. Das seht ihr, wenn ich die dann zusammenbaue und dementsprechend einfach mal schauen, wie es für euch am günstigsten ist. Das ist ja das Schöne, dass man halt sich so ein bisschen selber das kreieren kann, wie man es gerne möchte. Man ist nicht darauf angewiesen, dass man was Fertiges kauft, sondern man hat eine Chance, sich sowohl farblich als auch vom ganzen Schema her so ein bisschen frei auszutoben. Also wie gesagt, schaut da gerne mal und dann denke ich mal, habt ihr da auch ein gutes Gefühl, was für euch halt genau richtig ist. Ja, das ist, wie gesagt, mein viertes Video jetzt. Die anderen Sets, die ich von Reihe habe, sind nicht mehr weihnachtlich angehaucht, also dementsprechend werde ich die so nach und nach später noch machen. Aber ich wollte jetzt diese Weihnachtssets jetzt so ein bisschen zusammenpacken, damit ihr eine Chance habt, die dann noch zu kaufen. Ich verlinke euch jeweils immer das Set mit drin. Ich muss fairerweise sagen, ich hatte eigentlich noch ein fünftes Set. Dieses fünfte Set, es war eine Vollkatastrophe. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es wirklich nicht hinbekommen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich es euch zeige, wie ich angefangen habe. Aber ich will euch auch nichts Unfertiges zeigen. Und die anderen waren, also zwei andere Sets waren jetzt auch nicht die Welt, die ich jetzt irgendwie ganz toll hinbekommen habe. Aber sie sind fertig geworden und sie sehen trotzdem gut aus. Und dadurch war das auch vollkommen okay, dass ich euch die zeige. Die habe ich euch gestern schon gezeigt. Je nachdem, wenn ich daran denke, werde ich euch die vielleicht in der Infobox auch noch mit verlinken, damit ihr die nicht suchen müsst. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video jetzt auch gefällt. Dass ihr da vielleicht so ein bisschen Ideen habt, ob ihr euch das Set jetzt vielleicht doch kaufen wollt. Ich verdiene überhaupt nichts daran. Also keine Sorge, ich habe alles selber bezahlt, gekauft. Und egal wie, an dem Link verdiene ich auch nichts. Also könnt ihr ganz bedenkenlos frei entscheiden, ob ihr das gerne machen möchtet oder nicht. Und genau, also wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Egal wie, ich freue mich über alles und freue mich auch über Kritik, falls irgendwie was ist. Ich freue mich auch über Ideen, was ihr euch gerne von mir wünscht. Und, aber das sage ich in jedem Video, also dementsprechend, keine Sorge. Und genau, so, ihr seht, jetzt fange ich Tatsache, nachdem ich das jetzt angemalt habe, baue ich das jetzt zusammen. Ich habe, wie gesagt, es ging diesmal wesentlich besser als bei dem All-You-Need-Is-Love-Bauset. Auch das war ja von Raya und das ging halt so schwer. Ja, und das fand ich jetzt wesentlich leichter zusammenzubauen. Sowohl die Teile waren jetzt leichter aus dem Vorgestanzen rauszuholen, als jetzt auch das Zusammenbauen. Und das war letztendlich sehr schön. Es stand auch drauf, dass der Holzleim mit dazu gekauft werden muss. Beziehungsweise, wenn man welchen hat zu Hause, dann ist das natürlich noch besser. Dann kann man den natürlich nutzen. Ich hatte schon Holzleim zu Hause von den anderen Sets vorher schon. Und dementsprechend war das jetzt nicht das Problem. Ich musste so ein bisschen schauen, passt das jetzt vom Zusammenbau her? Auch da war die Anleitung relativ schwierig. Das ist aber, glaube ich, einfach auch dem geschuldet, dass ich bestimmte Sachen vielleicht nicht verstehe. Also vielleicht täuscht es einfach auch. Und dementsprechend, ich habe mich einfach schwer getan. Aber das ist auch okay. Und ich habe es immerhin schön zusammengebaut bekommen. Habe mich mit dem Holzleim dann also durchgewurschtelt. Habe dort dann den schönen Zusammenbau eben auch hinbekommen. So, dass halt das Set dann eben auch steht. Und ja, auch da kann man so ein bisschen zur Ruhe finden. Wie gesagt, wer so ein bisschen handwerklich begabt ist, wird das wahrscheinlich gar nicht so schwer finden. Denn ich persönlich bin nicht handwerklich begabt. Also ich muss mich da immer ordentlich durchwuseln. Habe auch ein kleines bisschen gekämpft, weil mir ständig die Teile auseinandergefallen sind. Aber als es dann zusammen war, ging es super. Und ich konnte das dann alles schön zusammenpacken. Habe auch alles immer so ein Stück weit schön trocknen lassen, damit ich dort eine Chance habe, dass das halt nicht ganz so mir gleich wieder auseinanderfällt. Und eben halt auch die Farbe ordentlich trocknen lassen. Ihr seht ja alles jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also ich wollte es euch nicht im Einzelnen. Das wäre jetzt ein Stundenvideo geworden. Ich finde es immer wichtig, dass das nicht extrem lange sind, die Videos. Ich finde jetzt mit 15 Minuten, fast 15 Minuten, ist es vollkommen noch ausreichend. Und genau. Hier bei den Teilen, die ich jetzt als Abstandhalter reinmachen musste, musste ich erst mal schauen, wo mache ich die jetzt rein? Wie mache ich sie jetzt am besten rein? Wie bekomme ich sie zusammengestöpselt? Und das war halt tatsächlich ein bisschen schwierig jetzt einfach, weil da so viele Sternchen sind. Man sah die Öffnung nur ganz leicht. Aber ich habe das super hinbekommen und konnte dadurch dann dementsprechend das Ganze schön zusammensetzen. Wie gesagt, es ging diesmal wesentlich leichter und schöner als jetzt bei dem anderen Set. Und sowohl die Holzbäumchen, die ich vorher hochgeladen habe, als jetzt auch das Set sind für mich halt die Sets, die für mich die schönsten waren jetzt. Von dem Weihnachtsset, die ich jetzt bei Reihe habe, gekauft habe. Und dadurch war das für mich jetzt mein krönender Abschluss, dass ich das dann so schön auch hinbekommen habe. So, jetzt mache ich den Drehteller da drauf. Das war nochmal ein bisschen knifflig. Dieser Drehteller ist halt nicht ganz so ausgeprägt, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Also das heißt, man musste wirklich sehr genau hinschauen, wie man den zusammenbaut. Aber auch das habe ich dann tatsächlich sehr, sehr gut hinbekommen. Es ging jetzt nicht ganz so schön zusammenzubauen da drunter. Das war jetzt aber auch, dann legt man es halt drunter. Also ich habe es jetzt dort nicht angeklebt bekommen so richtig. Dort waren auch noch so eine Puffer mit bei, so eine Filzabdichtung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Aber ich lege sie jetzt tatsächlich immer sehr einfach drunter. Und es funktioniert auch. Ich kann es anmachen. Und dadurch kann ich dort mich entspannt zurücklehnen, weil es halt eben jetzt nicht angeklebt werden musste. Das war jetzt okay. Ich habe es jetzt versucht mit ankleben. Vielleicht war es der falsche Kleber. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, muss es vielleicht der Holzkleber sein, muss es ein anderer Kleber sein. Dort diese schwarzen Filz. Wie gesagt, das hat nicht gehalten. Es war so schnell wieder ab, wie ich nur Hallo sagen konnte. Und dementsprechend habe ich es dann auch gelassen. Und wie gesagt, auch das drunter liegen, das passt, das ist okay. Und lasst euch da dann also nicht irre machen, wenn ihr dann das nicht hinbekommt. Wenn ihr es hinbekommt, herzlichen Glückwunsch. Und wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Wie gesagt, man kann es schön drunter liegen, man kann es verstecken. Und man sieht es dann trotzdem nicht. Egal, ob man es jetzt festgemacht hat oder nicht. Und dadurch passt es dann auch ganz gut. Ich habe jetzt noch eine Lichterkette dran gemacht, die ich dort durchgefiedelt habe. Was ein bisschen tricky war, was aber dann... Ich hatte eine relativ kurze auch noch, die machte sich dann auch ganz gut. Ich musste ein bisschen friemeln. Das ist aber dieser Feinheit geschuldet jetzt gewesen, dass ich da halt dann hoffentlich das alles so schön durchbekommen habe. Die musste ja auch irgendwie da hängen bleiben. Aber auch das funktionierte. Und ich war auch sehr dankbar, dass ich diese kurze Lichterkette noch hatte. Mit so einem nicht ganz so langen Band. Weil ich glaube, zu viel wäre jetzt auch eben nicht schön gewesen. Und dadurch passte das jetzt für mich eben auch sehr schön. Und damit drehte sich das zu Anfang nicht gleich. Also der braucht immer einen kleinen Ab- und Anstupser. Das sollte da vielleicht auch noch wissen, dass der immer so ein bisschen stupsmäßig irgendwie Hilfe braucht, damit das dann funktioniert. Aber wie gesagt, es ging dann immer. Und ich werde es auch, wenn jetzt Weihnachten losgeht, werde ich es auch ins Fenster stellen, sodass ich dort auch ein bisschen was davon habe. Und werde auch meine Bäumchen dazu stellen, die da eben halt schön zusammengepasst haben. Und dadurch seht ihr schon, ich habe es andersrum zusammengebaut. Das heißt, ich habe erst diesen Fensterkranz und dann die Bäumchen aufgebaut. Aber ich denke mir, das ist okay. Und hier seht ihr Tatsache die beiden Bäumchen plus eben den Fensterkranz. Und ich finde das Ergebnis echt schön. Und macht einfach ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Ich habe es nicht so mit Weihnachten. Ich finde Weihnachten immer so ein bisschen schwierig. Aber die Deko, glaube ich, macht so ein bisschen schöne Stimmung. Und dadurch genießt einfach diesen Anblick einen Moment. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder hoffentlich. Wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben dalassen, ein Abo oder eben einfach ein Feedback, ein Kommentar, ob positiv oder negativ. Ich freue mich über jegliche Ideen, die ihr mir gebt. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.